über Angriffe auf die Keimzelle des Lebens, die Frage nach der Alltagsbeschäftigung der Gottesmutter und darüber, was wir aus dem mutigen Einsatz des heiligen Josefs für seine Familie lernen können. Sonntagsimpulse, Gedanken zum Evangelium für jeden Sonn- und Feiertag des Jahres mit Priestern der Petrusbruderschaft. Heute mit Diakon Peter Westner. Die Familie erstellt den Grundstück, das Fundament und die Keimzelle jedes christlichen Lebens dar. Nicht umsonst ist die Familie heutzutage so vielfach angegriffen und angefochten. In einer Zeit, in der die gesunde Familienstruktur, bestehend aus Ehemann, Ehefrau und den gemeinsamen Kindern, in fast allen Ländern des Abendlandes gezielt zersetzt, verfolgt, aufgelöst und vermischt wird, muss es uns ein besonderes Anliegen sein, für gute katholische Familien zu beten und sie nach Kräften zu unterstützen. Kein Beispiel ist dafür besser geeignet als das heutige Fest, das die heilige Familie zu Nazareth ehrt. Im heutigen Evangelium begleiten wir sie auf einer Pilgerfahrt nach Jerusalem, teilen die Sorgen und Ängste der Gottesmutter und des heiligen Josef, als sie das Jesuskind unverschuldet verlieren und freuen uns gemeinsam mit ihnen, als sie Christus schließlich nach drei Tagen im Tempel wiederfinden und er sie nach Hause begleitet. Allen christlichen Eltern sei diese heilige Familie als Idealbild und Schutzpatron vor Augen gestellt. Der heilige Josef als Haus- und Nährvater kam nicht nur für das gesicherte Einkommen aus, sondern beschützte mehr als einmal die Gottesmutter und das Jesuskind vor den Nachstellungen des Herodes. Denken wir dabei an die Verfolgungen, die heutige Familien durchzustehen haben. Der heilige Josef schreckte dabei nicht vor Widrigkeiten und Entbehrungen zurück. Weder die Reise und der ungastliche Aufenthalt in Bethlehem noch die Flucht nach Ägypten kurz darauf lassen hierbei an ein sonderlich gemütliches Weihnachtsidyll denken. Dennoch verließ den heiligen Josef nie die Zuversicht und der Glaube an denjenigen, dessen Pflegevater er sein durfte, den er heranwachsen sehen durfte und der ihn schließlich in seiner Sterbestunde das letzte Geleit geben durfte. Ungebrochen ist selbstverständlich auch der Trost, den die Gottesmutter für die Familien darstellt. Nie tritt die Würde und Größe einer Frau in der Familie deutlicher zu Tage als durch das Beispiel der Jungfrau Maria. Sie ist es, die alles in ihrem Herzen bewahrte und dennoch die gewöhnlichen und herausragenden Aufgaben einer Hausfrau versieht, deren Rolle auch heute nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Nicht umsonst ist Christus als kleines Kind in eine einfache Familie hineingeboren worden. Er bestätigt und würdigt damit gewissermaßen die Rolle der Familie. Beten wir also heute ganz besonders für alle christlichen Familien, damit ihnen die heilige Familie helfen möge, ihre schwierige Aufgabe zu erfüllen, ihre Kinder dem Glauben gemäß heranzuziehen. Machen wir doch dieses Gebetsanliegen zu einem unserer obersten Pflichten. An dieser Stelle möchten wir Seminaristen des Priesterseminars einen kurzen Gruß an unsere eigenen Familien richten und ihnen für unsere Erziehung danken.